Hallo FCA-Fans. Ich mache mit Ju und mir eine Challenge, die Flow Challenge. Wir müssen hier mit dem Ball durch den Parcours und dann wer als erstes hier mit dem Ball das Tor durchdribbelt hat, hat gewonnen. Der Verlierer muss zum anderen Essen servieren. Das war wie Messi gedribbelt. 1-0. Nein! Scheiße! Sehr gut. Es bleibt spannend. Nein! Das war eine Vorlage. Ein bisschen ranschnuppern lassen. Anstrengend, wie gedacht. Das war die Flow Challenge. Danke fürs Zuschauen.